Kann ich da mal ein Feuerzeug mal ausprobieren? Darf ich mir mal einen anstecken? Oh, wie sieht Kipp aus? Angefallen! Oh, scha- Oh, hier liegt ein Kieber, geil! So, ich hab voll Bauchschmerzen gerade, ey, Hammer! Ähm, oh, da hab er Outlast, der kotzt sich auf die Tastatur! Oh genau, Outlast kannst du ja gleich gerne mal streamen! Oh, jetzt kann der gucken jetzt! Mit Bauchschmerzen! Ja, haha! Outlast-bereit für Bauchschmerzen! Komm Kevin, so schlimm ist das gar nicht! Nein! Aber, äh, laut manchen meinen das Dings hier, wie heißt es nochmal das? Neue? Neue? Ja, was ist raus mit das Horror-Stivio? Was ich, was ich Priorität habe? Fällen haben wir da nicht ein! Auch nicht! Äh, X-Postum One! Daylight! X-Postum One! Ne, jedenfalls! Ne, jedenfalls! Äh, Daylight! Äh, so ist es sogar mega schlimm noch nicht! Denk mal, denk mal, das RP ich auch! Ich glaub, bis jetzt müssen wir das RP doch schon angefangen haben! Ne, weiß doch nicht! Ich denk noch über die Facecam, ich weiß noch nicht! Jaja, und dann, du weißt was, ne Kevin? Ja, mit Facecam! Jaja, aber du weißt, was du dabei auf dem Kopf tragen musst, ne? Das wär ein bisschen lame! Dann sieht man meinen, dann sieht man meinen, dann sieht man meinen, dann sieht man meinen verkehrten Gesicht auf, oder nicht? Eigentlich auch! Achja! Aber du kannst, du kannst damit sehr so schatten, ne? Eiskalt! So, das bin ich! So, also wenn, 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 wenn der Tag um ist, hören wir auf, ne? Ja! Dann gehen wir noch einmal schlafen, dass wir dann nächsten Tag haben, wenn ich die Aufnahme oder so! Kevin, von wem hast du die Hühner hier bekommen? Wo hab ich Hühner? Schon ja auch von mir geklaut! Hab ich Hühner? Achso, okay! Ich seh's schon! Ich seh's schon! Ja, ne! Ich sag dazu nix! Ah, toll, was soll das denn? Was soll das denn? Ja, du schmeißt mit Hühnern rum! Hä? Bekiff? Ja, du bist ein... Ah! Das ist alles geil! Auf der Wasserfall! Ja, Adich kam aber von nach oben gelaufen! Ja, ich hab noch ein paar Stecks Eier, die kommt doch noch zu dir! Ach, Markus, ich hab einen Zaun gefunden, du? Ja, muss ich sag! Aha! Was denn hast du von draußen? Ah, mein Haus ist mega asynchron! Schau was auf! Oder ist mega asynchron! Reingerissen, Alex! Markus, du hast Dauersenden, sagst du? Hä? Was soll das denn? Senden wir! Das fragen wir dich! Nicht Dauersenden! Markus hat eben Dauersenden gemacht! Thema von Markus ganz oben runter, ne? Servus! 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 Habe ich noch mal ein paar Teent! Habe ich noch mal ein paar Teent! Habe ich noch mal ein paar Teent! Ich muss gleich mal ein paar Teent! Ach! Hab ich alles schon! Problem, kein Ding! Tore mich so ein bisschen Spielspaß und Spannung und sagen! Jo! Ich muss bald mal wieder! Oh, bitte! Jetzt schläfst du ein! Nein, bitte nicht! Jetzt ist es gerade so schön! Na, woetwegen habe ich diesmal Diamantssachen da... Ja, Alex! Du rätst mir ganz hinterher und spiel mir Sachen voll! Hm? Was? Alex, möchtest du nicht auch was bauen? Habe ich auch noch nicht, ne? Ja, jetzt noch nicht fertig! Ja, warum? Du musst noch den Keller... Im Keller kommt zwar noch Mundstagsfam hin, aber da muss ich mir noch die Maße irgendwo holen! Äh, nimm mal Lineal jetzt und mess mal aus! Kennen wir das hier gebaut, die Weiterführung hier? Was? Wahrscheinlich! Weiterführung deines Weges zu deinem... Ja! Das Ding hier unten! Das hast du wahrscheinlich, ne? Natürlich! Markus baut's noch ne Scheiße nicht! What? Genau wie diesen schönen Tunnel hier! Du hast von wenigstens keine Monster! Ja! Das erinnert dich an Daylight, ne? Hab ich ja noch nicht! Aber Kevin, guter Plan! Du wartest, die Hühnchen gewachsen sind! Hast du gleich was zu essen! Oh ja! Danke, Toro! Was? Ich warte, bis die Hühnchen erwachsen und dann will ich mal was zu essen! Oh ja, ich will die Hühner! Leg' mir Marsch, Alex! Das ist nicht mal ne massive Wand, du! Soll das so sein, oder? Ist das Kunst, oder kann ich das verbrennen? So, okay! Kann ich da mal Feuerzeugmaus probieren? Ja! 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 Ich will den Weg hier weiterführen zu der Tür! Das muss ich auch nochmal machen! Ach guck mal, da oben ist ein Block falsch gesetzt! Echt jetzt? Ja, da hab ich auch grad einen Block falsch gesetzt! Ja, das muss auch hier alles umbauen! Aber ich bin ja hier perfektionistisch für sich mal ausgebessert! Warte, das mach ich! Alter, Alex! Nee! Nicht wirklich! Viele Hühner sind hier einige! Mal ab hier! Tschüss! Wow, der ist nicht falsch gesetzt! Wieso? Du bist wie so ein Typ bei WoW, der Höchstlevel ist, einfach nur rumstehen und einfach nur den Sachen geben! Ja! Max, machen wir seine Rüstung prahlen! Und Alex hat nicht meine Rüstung, oder hat Alex nicht immer Rüstung? Hey! Ja, Kevin, wer weiß, ich steck volle Überraschung! Ja, nicht! So, ich war letzte Aufnahme schön farben, ich hab ein paar Diamanten gehabt, also! Aber ich hab einen Diamanten gehört! Ich hab eine komplette Rüstung! Ich hab eine komplette Rüstung, also ich will ja nicht sagen, aber... Jetzt ist das richtig alles! Bin ich mittlerweile wieder einigermaßen gut dabei! Nicht so, ah, ich hab jetzt alles richtig gebaut! Ja! Jetzt, dafür bin ich ja da! Hab ich doch gemacht! Ey, den Block... Alex, was hast du umgebaut schon, ja? Ich weiß ja nicht, was du umgebaut hast, aber ich... Da war das nur ein Block verkehrt, da sind wir uns einig, oder? Hm, vielleicht? Und das war der Block, den ich jetzt umgebaut hab, da sind wir uns auch einig, oder? Hm, vielleicht? Ich hab nämlich nur... Ich hab nämlich nämlich selbst umgebaut! Ähm, das muss ich mir doch gleich mal von unten angucken! Wo ist hier die Tür? Achja, hier ganz unten, ist natürlich praktisch! Ja! Tür, Scheißleiter! So, welchen hast du umgebaut? Der Rand oben, in der obersten Etate! Den ganz oben links, ne? Ja! Den hab ich umgebaut! Den hab ich umgebaut! Den hab ich umgebaut! Den hab ich umgebaut! Deine Mom! Kevin, ich glaub, du hast immer noch was falsch, ne? Ne! Du hast da in der... Eins, zwei, drei... Fast ganz oben! Ähm, da fehlt, da ist, da ist so'n, ähm... Holz-Dings da! Da ist kein Brett, sondern so'n ganz, so'n... So'n... Rohholz! Siehst du's? Das hält auch raus! Aha! Siehst du mein Perfektionisten-Auge hier? Die ganze Reihe, die ganze Reihe ist Rohholz! Ja! Das hast du... Ach ja, das hast du noch von Anfang an, du hast das andere ja sozusagen erweitert! Dafür musst du auch nicht gleich das Glas kaputt machen! Geh aber schneller! Und ich hab jetzt genug, klar! Ich hab 10, 20 Stacks hier! Ne, ich hab ein Stack noch, aber... Kannst du mir was abgeben? Nö! Wenn du genug kannst! Eigentlich hab ich hier nur ein Ding, gerade hab ich alles verbaut! Du meinst nicht, wie Glas ich hier gebaut hab! Ja, Kevin! So wie das aussieht, so 5 Stacks bestimmt! Stacks oder Glas? Ey, wie du komm... Das geht ja nicht! Ach so, gut! Das ist wie so'n Torbogen-Jump! Ne, das geht nicht! So witzig! Torbögen! Torbögen, Kevin! Unsere Best-Freunde! Oh ja! Torbögen gehen immer nicht raus! Ich mach nur Spaß! Ach, ich mach nur Spaß! Ach, ich mach nur Spaß! Hast schon gehört, was Pia und Lukas vorhaben? Na? Die bauen jetzt zusammen ne Adventschimmer für uns! Bitte nicht! Die beiden zusammen! Wow! Wupi, du! Das ist ja bestimmt mega geil! Kann doch nur gut werden, ey! Ohne Scheiß! Ich hab schon gesagt, die werden wir kommentarlos ablehnen! Die werden wir kommentarlos ablehnen! Die werden wir kommentarlos ablehnen! Ich hab keine Steine mehr, Alex! Nee, allein, dass du da ein Holzbohr hast, dass ich da nicht weitergehen kann! Einmal rum! Ja! Scheiße, wa? Naja! Die Sonne geht bald unter, Leute! Wie viel Holz hast du eigentlich? Ich weiß nicht, heute Bäume ich hier weghacken musste mich das hier überhaupt hin! Ich musste ganz vorhin gerade gehen! Ja, das ist ja... Wir waren so viel Bäume! Ich mach den 3 auf 3 Server! Ich mach den 3 auf 3 Server! Ich hab nämlich echt nichts zu tun! So, Kevin! Das war's mit deiner Stielerei! Ich hab Markus wieder Sicherheits-Tot draufgeknackt hier! Auf jeden Fall! Mein Bett ist verbuggt! Ja, guck ich mir doch gleich mal an, ob das wirklich so ist, ne? Ja, Alex findet alles! Ja, ich komm ja nicht mehr in mein Bett rein! Bett ist verbuggt! Ja, ja! Leute, komm ich aus meinem Bett raus! Ich bin festgebackt in meinem Bett! Connecten, neu connecten! Ja, hatte ich auch schon mal einmal neu connecten! Ah ja! Das läuft sogar okay! Alex muss ich eigentlich nicht mehr machen! Nee, das läuft nicht! Ich bin jetzt in diesem Bett festgegangen! Kann nix bauen! Kann nix? Natürlich scheiße, ne? Kann nix doch! Jetzt kann ich was bauen! Alter ist das mega leck gewesen! Schon wieder! Super toll! Soll ich mal von nem Bett runterschlagen, Martin? Naja, warte mal! Ich guck mal, ob ich das jetzt hinkriege! Warte, ich schlag die von nem Bett runter! Ich brauche das jetzt! Geht nicht! Ja! Ah, okay! Hätte ja klappen können! Wieso? Markus lockt dich doch aus, dann macht Alex sein Bett runter! Oh, ich bin... Ich hab's, glaub ich, geschafft! Ja, ich bin weg! Hab's geschafft! Ne, Markus ist schon weg! Niklas der Fuchs, ey! Was für ein Scheiß war das denn, er? Niklas der Fuchs! Markus geht ja auch schon auf Safety First! Nachdenkliche Musik Untertitelung des ZDF, 2020